art of light und wieder knalle ganze dinge hier kleine vulkanis hast du das das brett aber noch keine ahnung Jetzt geht es. Ich muss mit zwei Kamerastellen da. Der nächste? Warte, warte, warte! Jetzt? Kriegst du sie weg oder mach sie weg? Jetzt kommt das nächste. Hey! Spielt ihr oder was? Scheiße! Oh! 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 Cool! 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 Warte! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Scheiß Dinger also! Was ist das eh? Na gleich! Warte, warte, warte! Warte, warte! Und dann? Warte! Warte, warte! Ah, ich tue, das war. Nächste! Nächste! Schneller! Nächste! Naah! Nächste! Jetzt aber! Pass auf, Hanna! Ja, so! Warte, warte, warte! Gut, jetzt kannst du gehen! Geh rauf und kick den erstmal weg! Geh aufs Potash und kick den weg erstmal! Jetzt komm, Nächste! 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 Guck! Schick? Gut! Schick! Das war's für heute. Das ist gut, kleine Wohle Kies, kleine Wohle Kies. So, ja, wo geht's ab? Ja, da ist sauber. Guck, wo ist das Ding da hin oder? So, das war jetzt was ich für dich genommen haben wir wieder. Böller mit Pyro-Dignal. Die Ente fliegt auch schon da rum. Also bis dahin. Ich für dich heute mal hier an See mit Schwänen leider. Warum der Maxi-Rakete kommt, ob die funktioniert. Also weg. Oh ja, das ist nicht so. Schön Hammer oder was? Ho, je. Oh nein! Untertitelung des ZDF, 2020